Das streckt nur voll den Part, ey. Aua! Ich hab Zeit. Ich hab heute frei. Null Plan, wo ich hier... Ach man, ich mag das nicht. Ich glaub, ich muss hier durch. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich hier? Bei der Maskentempel, da fehlt dir jegliche Orientierung, wie du hier langläufst. Ich glaube, jetzt lauf ich gerade wieder zum Boss, aber... Mal gucken. Zum Boss oder zum Bus? Zum Bus. Und Link nimmt den Bus jetzt zum Boss. Ja. Und Frodo fährt mit dem ICE quer durch Mittelerde. Aua! Oh Mann, hoch! Ich komm noch nicht hoch! Upsa! Geschafft! War auch wieder close. Jetzt bin ich hier. Mir war ich doch gerade schon mal. Nein, jetzt bin ich hier beim Boss. Ach Mann! Das ist doch kackiges. Okay, jetzt weiß ich zumindest, wo es zum Boss geht. Gut. Da geht's zum Boss. Au, hat mir im selten dämlichsten Moment gesprungen. Na, fein. Süß, ausgewichen. Nimm mal den Porter. Am Anfang gehe ich mal nach... Ach, dann nehme ich jetzt erst die Truhe da links. Das ist einfacher. Sagte er und hat sich total verlaufen. Und starb. Und starb. Nein! Nein. Ich nicht. Nicht. Nicht heute. Komm jetzt her, du blöder Shy Guy. Nicht heute. Nicht in diesem LP. Ist mir, glaube ich, in jedem LP schon passiert, dass ich einmal draufgegangen bin. Auch in deinem Pokémon-LP? Ich glaube, da nicht. Ich wollte gerade sagen, daran würde ich mich erinnern. Da hätte ich dich ausgelacht. Oh, ich habe mir überdacht. Aber wobei, es war ja bei mir jetzt auch schon ein paar Mal sehr knapp und grenzwertig. Aber da warst ja auch du dran, Schritt. Ich habe nichts gemacht. Äh, ich habe nichts gemacht. Nicht. Ich habe noch ja nichts gemacht. Ich bin mein Bruder. Ach man, du musst schon wieder den scheißblöden Hipp... Boah, man, ich mag den meisten Tempeln nicht. Ne. Bombe planten. Los. Danke. Gut, jetzt komme ich hier lang. Und jetzt? Noch zwei nach oben? Ist da ein Weg? Mal gucken. Och ja, genau. Ich stehe jetzt so ein blöder Schleim in den Weg. Ah, da geht es nach oben. Okay. Da muss ich aber nochmal die... Weißt du, wenn ich nachtragend wäre, würde ich ja jetzt den Schleim anfeuern. Ich bin ja ein besserer Mensch als du. Ach so. Nee, das ist ja Quatsch. Das funktioniert ja gar nicht. Ach, ich muss ja so machen. Jetzt weiß ich es wieder. Wieso nicht? Ich weiß wieder, was ich machen muss. Da ist nämlich noch einer. Den habe ich ja ganz vergessen. Einmal. Genau. Und jetzt komme ich auch dahin. Nee, falscher Knopf. So. Wow. Einholt-Rubine. Super. Was ist denn hier? Oh, wir kommen nach draußen zu einer Zaubermuschel. Geil. Das ist schön zu wissen, dass in dieser Welt alles verzaubert und magisch und mystisch ist. Voll cool. So, jetzt fehlt noch eine. Dahin. Und dahin. Nein. Dahin. Und dann... Och, diese blöden... Dankeschön. Nein. Ich weiß... Ah, no. Dankeschön. Muss ich die jetzt wieder aufrichten? Nee, Quatsch. Ich bin ja so hier durch. Okay, das habe ich jetzt geschafft. Fehlt noch die letzte Truhe. Da oben. Wie kriegen wir die denn? Man weiß es nicht. Voll mysteriös. Aber ich meine... Es wäre schon mal ein guter Anfang... Wenn ich da nochmal zum Eingang gehe und dann nach rechts. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wer der Boss hier ist. Och Mann, nicht hier schon wieder. Wer hat denn der Boss hier? Was könnte... Ah, ja doch. Ja, ja. Ja. Ich habe es. Max, du weißt nicht, wo der Boss hier ist. Ja, ich habe es auch wieder rausgekriegt. Wurscht und schafft und schlitz und weg. Weiter geht's. Ah, der Boss ist im Vergleich zum Tempel ist der Boss relativ einfach. Der ist fast schon eine Frechheit für den sechsten Tempel. Ja? Also da darf ich jetzt nicht lang gehen. Der Weg ist falsch. Aber den... Also unabhängig von Boss und Tempel, der allerschwierigste Zelda-Boss aller Zeiten, allerschwierigste Tempel ist und bleibt der Wasser-Boss und der Wassertempel aus Ocarina of Time. Purer Hass. So ein asozialer Tempel und dann hat man ja noch so ein krasser Gegner. Das war so eine fiese Glibber-Masse, die in der Mitte so einen Kern hatte und den musstest du mal da mit dem Ende-Haken rausziehen. Oh, Joe. Das ist auch etwas, wovon ich niemals ein Let's Play machen würde. Das könnte ich den Leuten dann raus nicht zumuten. Oh, oh, oh. So schlimm? So schlimm. Ich finde den Weg nicht mehr. Das ist bitter. Der ist doch ganz simpel dargestellt. Moment, der kann doch gar nicht sein. Da musst du dich wohl erschießen. Komm, bring dich um. Das hat auch keinen Sinn. Also da jetzt nach rechts. Hallo, manu. So, jetzt hier. Oh, der fangt doch da jetzt nach oben und mit Sicherheit sind die blöden Viecher wieder hier. Ja, ja, natürlich. Ist es nicht immer so. Oh, der Spawn-Rate hier. So, und weg. Dankeschön. Und wir laufen rückwärts. Yeah! Okay, jetzt bin ich hier. Und jetzt muss ich eigentlich nach oben und dann nach rechts. Gut. Tun wir das. Aua, geht das von hier überhaupt? Ne, ich glaube, ich bin hier ver... So, dann nach rechts. Ich komme da gar nicht hoch, Mami. Scheibenfleisch. Scheibenfreude ist die Schütze, Freude. Okay, da komme ich nicht hoch. Aber ich weiß zumindest, dass... Da ist das. Aber wie komme ich denn da hoch? Wo ist denn hier die Treppe? Ist die hier? Nein. Oh, Mann, ey. Was ist das denn? Oh, ihr bekackten Magier, ey. Könnte ich denn schon wieder da sein? Los, mach auf die Tür jetzt. Auf jeden Fall. War hier denn noch was? Flix, wo war der denn? Ein Weg, der nach rechts geht. Äh, also das hier war doch... War hier nicht der Weg zum Boss? So, wenn ich jetzt nicht hier hochgehe und da runter... Ne, jetzt bin ich schon wieder falsch. Oder ist hier noch ne... Oder ist hier noch ne Treppe? Ne, da ist keine. Wann hast du die hier, die zum Boss geht? Boah, du, da bin ich. Ich glaub wohl. Ja, doch. Die hier. Wir gucken. Ja. Die hier geht zum Boss. Geht die direkt zum Boss? Oder führt die mich noch mal da oben zu... Ne, die führt mich da direkt hin. Wie komm ich denn noch mal da oben hin? Mein Güte, wie war der denn noch mal? Soll ich das Video mal eben anhalten und gucken? Ne, das tue ich jetzt nicht. Auf keinen Fall. Nein. Ah, ich bin gefangen. Okay, hier war auch nix. Ne? Hier war nix. Ach je. So kann man die Parts auffüllen. Wir suchen einfach nach dem Weg. Aber ich war doch schon da. Da gab's doch den großen Schlüssel. Wie bin ich denn da hingekommen? Hm. Wie komm ich denn auch da hin? Also da ist der Weg... Nein. Da ist der Weg falsch. So, nochmal von oben. Also das war die rechte Seite. Da komm ich zum großen Kiep. Der war da oben auch. Aber wie komm ich denn da rechts hin? Hm. Es muss doch eigentlich ein Weg sein, der auf der rechten Seite ist. Oder täusche ich mich jetzt? Ah. Oh, 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 oh. Moment. Da war es vielleicht doch auf der linken Seite. Und ich glaube, ich hab's... Ich glaube, ich hab ihn. Aua. Lass mich durchscheinen. Geil, keine Zeit. Klappe zu jetzt. Ich muss hier lang. Nein, hier muss ich nicht lang. Hier war die Eule. Das muss da oben hin. Weg, ihr ekligen Schleim ist weg. Sag ich mir jetzt... Ach ja, er war ja hier. Da komm ich schon durcheinander mit dem Schalter. War das jetzt richtig? Nein, war falsch. Oder es geht auch mit einer Bombe, glaube ich. Komm, dann nehmen wir uns die Zeit. Hier eine Bombe schmeißt oder dahinten, das ist im Endeffekt völlig egal. Okay. Jaja, ich muss sie wieder aufmachen. Ich weiß. Hallo, hallo. Und jetzt hier lang. Ich meine, so komme ich zum... Komme ich so zum großen Schlüssel? Bitte. Nein, hier komme ich gar nicht zum Schlüssel. Hä, wo ist denn die Treppe? Da ist eine. Ach Mann, oh. Ach, das Spiel verarscht mich hier. Bist du noch da, Ryu? Ja, ich bin noch da. Ich dachte, er ist eingeschlafen. Oh, Teil der Macht. Ich bin doch nicht eingeschlafen. Das weiß ich doch nicht. Jetzt kriegt er auf die Ome hier. Komm nur her, wer will. Oh, hör auf ein Schaf. Weg. Nein, ich würde den gerne ausrüsten. Danke. Oh, Mann. Jetzt hat er es nicht gem... Oh, ist das ein Schmuddelkram hier. Okay. Zur Treppe komme ich jetzt wie? Na, nicht da. Doch von der rechten Seite. Na, toll. Ich weiß es wieder. Ich weiß es. Hoffentlich. Wenn ich jetzt falsch stiege, habe ich natürlich ein Problem. Jetzt muss ich den Weg finden. Wo war der denn nochmal? Wer hier? Ne, hier ging es Boss. Oder? Ja. Da ging es zum Boss. Ah ja, hier nach unten. Genau. Genau. Ach, jetzt sind bestimmt gleich wieder unsere Freunde da. Hast du den Weg wieder gefunden? Ich glaube schon. Er glaubt es. Oh, Triple Kill. Nice. So, und jetzt... Was ist das denn jetzt hier? Ich weiß genau, wo ich hin muss. Ich bin schon wieder falsch. Aber ich weiß es. Oh Mann, wo ist denn der? Du lachst dich übrigens an und nicht auf. Ja, ist mir schon klar. Wo ist denn jetzt dieser blöde Weg zu diesen Schachfiguren jetzt nochmal? War der hier? War der doch links? Ne, da komme ich doch gar nicht hin. Boah, ich habe so orientierungslos manchmal. Oder war das durch die Treppe hier? Ich gehe einfach mal hier lang. Mal gucken, was uns da... Was da gibt. Äh... Kein Plan. Ne, das ist falsch. Hier kriege ich den Gegenstand. Boah, Leute. Ich habe keine Ahnung mehr. Wie komme ich denn nochmal da hin? Das ist doch bescheiden. Hier oben lang? Haha, bescheiden sagt er. Da will ich hin. Da will ich hin. Zu dieser blöden... Leiter. Wie komme ich denn da nochmal lang? Hätte ich mich mal direkt hingelassen. Dann wäre dann alles nicht passiert. Also da... Merken... Von da... Wo komme ich denn da hin? Das ist doch der Weg zum Boss und dann... Hä? Also... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist zu schwierig. Das ist zu viel für dein Gehirn. Ja. Vielleicht solltest du wieder über systemische Beratung schreiben. Ja. Du musst dein Mikro gerade wohl eben richten. Das ist ein bisschen schwierig, dich zu verstehen. So besser? Nein. Hallo? Naja, ein bisschen besser. Ja, ein bisschen. Naja, aber... Wenn ihr Ryo jetzt nicht hört, weil die Quali etwas... ...schlechter geworden ist. Tja. Kann ich auch nichts machen. Wo man das fliegen kann. Egal. Ich habe ihn gefunden. Ja. Wunderbar. Bam. So, jetzt aber hier. Los, ihr nervigen Dinger. Ah, direkt nach oben. So gefällt mir das. Und hoffentlich ist das jetzt auf der richtige Weg. Hm. Das wäre bitter, wenn nicht. Tja. Mio. Kein Plan, ob es der richtige ist. Das sagt mir immer noch nichts hier. Aber es sieht gut aus. Da oben ist eine Truhe. Und die will ich haben. Pfeile. Wie lang? Ja, das sieht gut aus. Können die... Ja, jetzt. Na gut. Dann machen wir es halt anders. Danke. Weg. Da ist sie, die letzte Truhe. DERR Dong-Ca on. DERR Dong-Ca. Oh, das ist so Great.